Guten Tag, hier sind wir wieder bei mykanal.tv, heute in der Stadt in Hamburg, um die Frage zu klären, was machen die Leute nach Weihnachten, tauschen sie Geschenke um, das klären wir jetzt. Was machen Sie denn am Wochenende nach Weihnachten hier in Hamburg in der Stadt? Die Schwiegermutter besuchen. Und auch Geld ausgeben, was sie zu Weihnachten gekriegt haben oder Geschenke umtauschen? Ich krieg kein Geld mehr zu Weihnachten, und dann bin ich schon zu alt dafür, das muss ich jetzt ausgeben. Was macht ihr denn jetzt direkt nach Weihnachten in der Stadt? Shoppen gehen. Habt ihr viele Geschenke bekommen? Ja. Auch einige, die ihr wieder umtauschen wollt? Nein. Und habt ihr noch so einiges vor, hier in der Stadt heute oder nur? Einkaufen gehen? Nur shoppen. Was machen Sie denn am Wochenende nach Weihnachten in der Stadt? Einkaufen. Haben Sie viele Geschenke gekriegt? Ja, Gutscheine, ne? Was macht ihr denn jetzt direkt nach Weihnachten in der Stadt? Äh, die kommen, sie sind zu Besuch gekommen aus Witten. Und wo kommst du her? Aus Stadel. Und was machst du hier in Hamburg? Ja, das liegt zentraler als Stadel, deswegen in Hamburg. Also keine Geschenke, also irgendwie Geschenke umtauschen? Nein, alles perfekt. Oder Geld ausgeben? Nee, nur Treffen und Fotos machen. Was machen Sie denn am ersten Wochenende nach Weihnachten in der Stadt? Äh, einkaufen gehen. Einkaufen. Haben Sie denn viele Geschenke gekriegt? Ja, doch ausreichend. Was machen Sie denn jetzt direkt nach Weihnachten in der Stadt? Ach, wir gehen ein bisschen einkaufen so und dann Frischluft schnappen. Ja. Habt ihr denn tolle Geschenke bekommen? Hm, nein, noch nicht. Und habt ihr dann auch, habt ihr viel bekommen? Geht. Geht? Eigentlich, wenn ich etwas ergänzen darf, eigentlich feiern wir, oder bekommen die nicht nur am Ende des Jahres Geschenke, weil wir kein Weihnachten feiern. Ach so. Ja. Äh, was, also feiert ihr überhaupt gar nicht dann? Natürlich, also mein Hochzeitstag zum Beispiel feiere ich. Verlobung so zum Beispiel, ja, ganz natürlich feiern. Aber ich sehe wirklich keinen Grund, Weihnachten zu feiern. Es gibt keine biblische Begründung, dass Jesus im Dezember geboren wurde. Keiner Mensch kann mir damit beweisen. Es gibt keinen Beweis irgendwo in der Bibel. Sogar kein Pastor kann mir ganz genau in der Bibel zeigen, dass Jesus im Dezember geboren wurde. Und deshalb, ich finde das, ich muss nicht Dezember warten, um meinen Kindern Geschenk zu machen. Das ganze Jahr mag ich, finde ich mal. Und jetzt wollen Sie mit Ihrer Familie so ein bisschen durch Hamburg gehen? Ja, das muss sein, das muss sein, das muss sein. Hansastadt muss man ein bisschen leben. Noch die restlichen Weihnachtsmärkte miterleben? Na gut, ich gucke, wie die Leute sich so Stress machen von Einkaufen, aber ich muss mir das nicht antun. Ich genisse einfach die Feiertage. Was macht ihr denn jetzt an dem Wochenende direkt nach Weihnachten in der Stadt? Wir sind hierher geflogen und schauen uns das Musical Tarzan an. Wo kommt ihr denn her? Aus Bayern. Aus München. Und wie habt ihr Weihnachten gefeiert? Zuhause mit der Familie. Und habt ihr, seid ihr mit euren Geschenken zufrieden oder eher nicht so total? Nicht zum, nicht zum Umtauschen? Nein, es war sogar Hamburg dabei und das ist ja... Was macht, macht ihr beide denn an diesem Wochenende direkt nach Weihnachten in der Stadt? Wir waren im Kindertheater, haben Peter Pan gesehen, auf St. Pauli. War sehr schön und jetzt bummeln wir noch ein bisschen durch Hamburg. Hast du denn viel zu Weihnachten bekommen? Sehr viel, also so viel nun auch wieder nicht, aber es war schon was. Und bist du mit all deinen Geschenken zufrieden? Ja. Hast du denn auch viel Geld gekriegt? Zu Weihnachten nicht. Also, was machst du denn jetzt noch so hier in der Stadt mit deiner Oma oder Mutter? Oma. Wir gehen jetzt zum Bahnhof, um wieder nach Hause zu fahren. Was macht ihr denn am Wochenende nach Weihnachten in der Stadt? Shoppen. Nur shoppen? Ja. Irgendwelche Geschenke umtauschen? Nö. Alles zufrieden mit allen Geschenken? Ja. Viel Geld bekommen? Ja. Ich bin auch was gefragt. Und was machst du in der Stadt? Ja, rumgammeln. Keine Geschenke, also irgendwas kaufen, Geschenke umtauschen oder? Nö, ich habe alles richtig gekriegt. Und Geld ausgeben? Ja. Also, es klammert noch ein bisschen. Versucht Battio Versucht Battli Pass Versucht Batt고 Versucht Battaki 2 2 Beende oooo Bis zum nächsten Mal.